Wie gehe ich als Psychologe und Papa damit um, wenn mein Kind etwas nicht bekommt oder nicht darf und dann frustriert und wütend wird? Was mache ich dann? Diese Frage habe ich bekommen in den Kommentaren und darauf möchte ich in diesem Video antworten. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Ramon, ich bin klinischer Psychologe und ich helfe Menschen, sich von ihrer Kindheit und Jugend zu befreien, weil sie typischerweise den Wunsch haben, im Erwachsenenalter die Handbremse zu lösen. Sie merken vielleicht, ich habe wiederkehrende Emotionen, die mir nicht gefallen, die ich aber nicht wegbekomme oder ich zeige immer wieder das gleiche Verhalten und kann das nicht abstellen. Dann hat das typischerweise seine Wurzel in negativen Kindheitserfahrungen und da helfe ich meinen Kunden quasi zu identifizieren, wie wurden sie geprägt, wo kommt das her und das dann loszuwerden. Dadurch, dass wir retrospektiv, also rückblickend immer viel über die Kindheit sprechen, kam es jetzt auch durch Zufall, dass ich halt öfter mal teile, was ich mit meinen Kindern mache. Da nochmal der Hinweis, ich bin Psychologe, das heißt, ich habe ein sehr gutes grundsätzliches Verständnis von kindlicher Entwicklung. Ich bin aber kein Pädagoge, die ja ganz explizit ausgebildet sind für den Umgang mit Kindern im Hier und Jetzt. Ja, das heißt, was ich hier mit euch teile, sind einfach meine persönlichen Erfahrungen, mein persönliches Leben mit meinen Kindern. Ja, meine Kinder sind drei Dreiviertel ist mein Sohn und anderthalb meine Tochter. Und genau, ich teile das einfach mit euch jetzt nicht, weil ich irgendwie der Mega-Profi bin, sondern einfach, weil ich transparent zeigen möchte, was ich mache. Weil ich aber auch tatsächlich die Brille habe von, was kann das für Auswirkungen haben, wenn die erwachsen sind und wenn wir dann zurückblicken, weil das ist ja meine tägliche Arbeit. Was mache ich eigentlich, wenn mein Sohn frustriert ist, wenn er was nicht darf oder nicht bekommt? Gut, und wisst ihr was? Ich rede jetzt erstmal darüber, wie ich die Dinge sehe, was ich dann mache. Und dann machen wir mal die Probe aufs Exempel. Sagt man das so? Also wir gehen einfach mal, ich versuche mal Leon nachher zu holen und ihn dann hier im Video zu fragen. Sag mal, was macht Papa eigentlich? Mal gucken, wie er die Dinge sieht. Ich hoffe, das klappt so, wie ich das vorhabe. Also, jetzt erstmal meine Sicht der Dinge. Wenn mein Sohn etwas von mir nicht bekommt, er will jetzt, keine Ahnung, schon wieder irgendwas naschen oder irgendwie so. Und ich sage, nein. Das ist ja schon mal etwas, das machen viele Eltern nicht. Nein sagen. Und ich sage euch, wenn ihr immer Ja sagt zu euren Kindern, dann tut ihr ihnen einen Undienst. Warum? Weil, ich habe von einem sehr schlauen Psychologen gehört, wir sollen unsere Kinder, also unsere Aufgabe als Eltern ist es, unsere Kinder auf die Welt vorzubereiten, in der sie leben. Und wenn sie in einer Welt leben, wo sie als Erwachsene auch mal einen Nein bekommen werden, dann sollten sie auch in der Kindheit einen Nein bekommen. Das ist wie, als wenn du eine Vogelmama, einen Vogelpapa hast, die Kinder müssen fliegen lernen. Und wenn die den Kindern nicht das Fliegen beibringen, jetzt mal rein metaphorisch gesprochen, dann bereiten die sie nicht ordentlich auf ihr Erwachsenenleben vor. Also auf die Umwelt, in der sie dann zurechtkommen müssen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage dann Nein und dann rastet Leo, also ist Leo frustriert. Und er wird dann, früher hat er dann geschrien, wurde traurig, hat sich hingeworfen. Also, eine ganz klassische Frustration. Und dort unterscheide ich, also ich bin für mein Kind da, wenn er traurig ist. Ja, und dann, ich kann nämlich, das habe ich auch in dem vorigen Video schon erklärt, es ist, wir können als Eltern eine Grenze ziehen und trotzdem für unser Kind da sein und ihn in den Arm nehmen. Das geht. Man muss ihn jetzt nicht irgendwie hart abweisen oder sonst irgendwas. Man kann sagen, nee, Schatzi, das gibt es jetzt nicht. Und dann ist er frustriert oder traurig. Und dann kann ich mich trotzdem mit auf den Boden setzen, sagen, wollen wir mal drüber sprechen. Das mache ich übrigens. Also, ihr habt ja gefragt, was mache ich dann. Ich gucke mir das an und wenn mein Sohn wieder ein bisschen sich beruhigt hat, also wenn er jetzt die ganze Zeit laut schreit, kann ich ja nicht mit ihm reden. Wenn er sich ein bisschen beruhigt hat, dann frage ich, wollen wir drüber reden? Das funktioniert bei meinem Sohn sehr gut. Der ist zwar noch sehr jung, aber der ist sehr, sehr gut in der Lage zu verstehen und sich zu artikulieren. Das ist in seinem speziellen Fall halt jetzt möglich. Das wäre jetzt mit meiner Tochter, mit anderthalb natürlich nicht möglich, obwohl die auch schon ziemlich, also sehr, sehr gut versteht. Aber ich biete dann an, wollen wir mal drüber reden? Oder ich biete an, soll Papa dir mal erklären, warum ich das gemacht habe? Es gibt noch einen wichtigen Punkt, was ich unterscheide. Es gab Zeiten, wo Leo dann ganz, ganz laut geschrien hat. Und da mache ich dann tatsächlich eine Unterscheidung. Ich finde es völlig in Ordnung, wütend zu sein oder traurig zu sein. Das habe ich meinem Kind auch immer wieder gesagt. Aber was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass er mir dann ins Ohr schreit. Und diesen Unterschied mache ich deutlich. Und das war, ich meine, das ist auch natürlich eine Phase. Das sind bei ganz kleinen Kindern, muss man auch Verständnis haben, dass man mit denen nicht alles besprechen kann, wie man das mit einem Achtjährigen könnte. Aber ich habe ihm dann deutlich gemacht, ey, ich lasse mich von dir nicht anschreien, das will ich nicht. Aber, mal angenommen, er hat sich beruhigt und er ist traurig oder immer noch wütend. Können wir drüber reden? Habe ich angeboten, wollen wir drüber sprechen oder soll Papa mal erklären? Das ist, also dieses Angebot, in den Dialog zu gehen. Trotzdem da zu sein. Das zweite ist, ich erkläre, warum. Weil wenn die irgendwas nicht dürfen, ja, die Frage war ja ganz explizit, wenn die etwas nicht dürfen oder nicht bekommen, wie reagiere ich dann? Ich erkläre denen, warum. Weil es dafür einen Grund geben sollte. Fangt ja nicht an, mit euren Kindern zu sagen, weil ich das sage. Was soll denn dein Kind daraus lernen? Dein Kind lernt nur, meine Meinung zählt nicht, mein Bedürfnis zählt nicht, Mama ist hier, oder Papa ist hier Gott, und was er sagt, zählt. Dieses, was er sagt, zählt, das stimmt ja im Groben auch. Wir haben ja die Aufsichtspflicht, wir haben die Fürsorgepflicht und im Notfall zählt unser Wort. Aber auch da wieder, im Hinblick auf das Erwachsensein unseres Kindes, sollten wir den Kindern erlauben, fragen zu dürfen, warum darf ich das nicht? Und dann kommt nicht angepisst um die Ecke und fangt jetzt an, das nicht zu erklären, sondern erklärt das dem Kind. Es muss einen Grund geben, sonst wird dein Kind nicht verstehen, was da los ist. Sonst wird es nur verstehen, ich bin offensichtlich nicht gut genug dafür, dass ich das darf, mir muss man nichts sagen, meine Fragen oder Wünsche sind nicht wichtig, das ist das, was dein Kind dann versteht. Aber wenn du dem erklärst, Schatzi, du hast heute schon einen Pudding gegessen und einen Schokokeks und ich möchte nicht, dass du noch mehr Zucker zu dir nimmst. Das ist nicht gut für deinen Körper. Das reicht ja bei einem kleinen Kind schon als simple Erklärung aus. Dann hat das Kind einen Grund, warum es das nicht darf. Das mache ich auch, wenn mein Kind frustriert oder wütend ist, wenn es irgendwas nicht darf oder bekommt, erkläre ich, warum das der Fall ist. Und dann ist es im Grunde auch schon das. Eine Sache, die mir noch wichtig ist, weil ich das, also wir haben das früher gemerkt und wollten das nicht mehr und viele Eltern machen das auch. Wenn man ein Kind hat, was viel weint oder frustriert ist oder schreit, besonders wenn sie klein sind, haben wir manchmal die Tendenz, wir wollen die Kinder dann gleich ablenken, weil wir halten es nicht mehr aus. Wir wollen nicht, dass er schon wieder schreit. Und dann sagen wir, nee, du darfst jetzt leider keinen Keks, aber wir können jetzt ja mit der Feuerwehr spielen. Dieser Versuch abzulenken ist total verständlich. Und ich sage dir auch, du darfst das und solltest das auch nutzen, aber nicht sofort. Warum? Ich komme wieder zu meiner Hauptaussage zurück. Unsere Aufgabe ist es, unser Kind aufs Leben vorzubereiten. Was passiert, wenn ein Frustrationsmoment, kommt und unser Kind, wir lenken das Kind sofort davon ab? Wir berauben unser Kind, die Möglichkeit zu lernen, sich selbst zu regulieren. Mit der Frustration klar zu kommen. Wenn wir, also wir regulieren für unser Kind, was macht das? Das sorgt dafür, dass unser Kind oder der Mensch, der dann größer wird, mehr Schwierigkeiten haben wird, sich zu regulieren, weil er es nie gelernt hat. Deswegen bitte, nicht sofort ablenken. Lass die in ihrer Frustration kurz sitzen. Lass die drüber reden. Lass die Nachfragen stellen. Und dann kannst du das erklären. Und dann merken die Kinder, ich kann mich auch wieder beruhigen. Besonders wenn Kinder ganz klein sind, dann sagt man ja, man soll mit denen ko-regulieren. Aber bitte nicht sofort ablenken. Und wenn die sich ein bisschen beruhigt haben, dann ist es ja vielleicht immer noch schwer, das zu akzeptieren. Dann gehen wir spielen. Dann lenken wir ab. Dann haben wir aber wenigstens den Raum gelassen, wissen, dass die Kinder lernen müssen, sich zu regulieren. Aus meiner Sicht, meine persönliche Sicht, total wichtig. Weil ich halt sehe, was passiert, wenn Menschen sich schwer regulieren im Erwachsenenalter. Ja, das ist meine Sicht der Dinge. Das heißt, ich bin da auch manchmal relativ trocken und ich will nicht sagen streng, aber direkt und sage, nee, gibt es jetzt nicht. Warum? Dann erkläre ich das. Und dann sitze ich dann auch mal mit der Frustration. So, und jetzt gucken wir mal, ob mein Sohn gerade verfügbar ist. Ich hole ihn mal dazu. Ich frage ihn mal, ob er mitmachen will. Er hat ja im letzten Video von alleine gesagt, er hat da Lust drauf. Vielleicht hat er heute wieder Lust drauf. Und dann fragen wir mal, wie er das sieht. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, mein Schatzi. Jetzt sitzt du wieder bei Papa auf dem Schoß, ne? Jetzt nehmen wir wieder auf. Du hast ja gesagt, du möchtest mit Papa jetzt mal ein Video zusammen machen, oder? Ja. Und der Leo hat mich übrigens gerade gefragt, warum man ihn nicht sehen soll in der Kamera. Und was hat der Papa gesagt? Wenn du groß bist, sollst du das mal selber entscheiden, ob du dich sehen sollst oder nicht. Genau. Mein Schatzi, ich habe mal eine Frage an dich. Manchmal, da sagt der Papa doch Nein zu dir, oder? Also, wenn du was haben willst, zum Beispiel irgendwie was zu naschen, dann sagt der Papa Nein. Und dann bist du ja manchmal ganz schön frustriert, oder? Und ganz laut. Und dann bist du ganz laut. Und stampf ganz. Und dann stampfst du auch noch. Ei, ei, ei. Und weine ganz laut. Und dann weinst du auch noch ganz laut. Okay. Und sag mal, Schatzi, wenn du so wütend bist, ne? Was macht der Papa dann? Wie reagiert der auf dich? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ja. Na, stell dir mal vor, du kriegst von Papa jetzt nicht die Schokolade. Und dann bist du ganz wütend. Und dann wirfst du dich auf den Bogen. Was sagt der Papa dann manchmal? Weiß ich gar nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Sind die Momente so emotional? Mhm. Weißt du was? Der Papa, der kommt doch dann immer zu dir. Und dann fragt er dich doch immer noch irgendwas, ne? Was fragt denn der Papa da? Weiß ich auch nicht mehr. Weißt du auch nicht mehr? Na gut, war ein Versuch wert. Der Papa fragt dich manchmal, soll ich dich in den Arm nehmen? Oder? Sage ich manchmal ja oder nein. Genau. Dann sagst du manchmal ja oder nein. Das ist richtig. Und manchmal fragt der Papa dann auch, sag mal, Leo, wollen wir mal drüber reden? Dann sag ich auch manchmal ja oder nein. Mhm. Und wenn du ja sagst, was machen wir dann? Dann besprechen wir das. Dann besprechen wir das. Und wie geht es dir dann danach? Noch ein bisschen traurig, aber dann geht das wieder von alleine weg. Mhm. Dann geht das wieder von alleine weg, wenn man drüber gesprochen hat, ne? Und das ist auch in Ordnung, wenn man noch ein bisschen traurig ist dann, oder? Mhm. Und wenn wir dann noch ein bisschen traurig sind, was machen wir dann danach manchmal? Mhm. Spielen wir. Dann spielen wir. Schatzi, ich hätte das besser nicht mir ausdenken können, was wir gerade besprochen haben. Du bist wirklich ein toller Videogast für mich. Mhm. Das macht mir voll Spaß mit dir. Weißt du das? Mhm. Und ich mir auch. Und dir auch? Ja, das merke ich schon. Vielleicht wirst du mal irgendwann meinen Mitgastgeber auf meinem YouTube-Kanal. Mhm. Mhm. Dann kann ich auch mir einen Stuhl her... Dann kannst du endlich deinen eigenen Stuhl haben. Das stimmt. Weißt du, die Zuschauer hier auf meinem YouTube-Kanal, die finden dich auch alle ganz schön super. Mhm. Die finden, du bist voll süß. Bist du süß? Nee, wenn es ein Baby ist, ist es ganz süß. Ach, nur Babys sind süß? Was bist du denn dann? Mhm, auch süß. Ach, du bist auch süß. Bist du mein Baby? Nein. Nee, trotzdem süß aber. Du bist auch trotzdem süß, ne? Mein Schatzi, vielen Dank, dass du das mit mir mitgemacht hast. Das hat mir wirklich geholfen. Und da hoffen wir mal, dass wir den Zuschauern ein bisschen was geben konnten, dass die für sich mitnehmen können, oder? Mhm. Was sagen wir am Ende vom Video? Mhm. Äh, tschüss. Tschüss sagen wir. Und hier, guck mal, guck mal da. Zeig mal hoch. Was sollen die Leute machen? Mhm. Und ihr könnt auch, ihr dürft was mitnehmen von uns. Ihr dürft was mitnehmen von uns und ihr dürft auch gerne einen Daumen hoch da lassen für die Videos, da freuen wir uns. Ja. Da freuen wir uns. Genau. Bis zum nächsten Video. Leute, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Musst du deine Hand höher halten, die sieht man gar nicht. Ciao, ciao. Übrigens, Leute, noch ein ganz kurzer Hinweis. Ich wollte das in dem Video sagen, hab's dann aber vergessen. Und ich möchte aber auch zeigen, wir sind alle nur Menschen. Ich und ihr und alle. Das, was ich euch gerade beschrieben habe, das mache ich schon viel. Und auch, mir ist es auch wichtig, so zu tun. Aber es gibt auch Momente, wo ich einfach, guck mal, Leo. Also Leute, kurz noch der Hinweis. Wenn es Tage gibt, wo wir solche Ausraster schon 27 Mal hatten oder ich bin irgendwie ganz, ganz müde oder mir geht's schlecht, dann habe ich auch nicht die gleiche Geduld. Dann bin ich auch mal genervt. Dann verhalte ich mich auch mal nicht so, wie ich das eigentlich möchte. Das wollte ich einfach nochmal hinzufügen, dass wir, ich bin nur ein Mensch. Vorsichtig, mein Schatz. Wir alle sind nur Menschen als Eltern. Ja, wir können nicht alles perfekt machen. Das ist normal. Und ich will, manchmal hat man das Gefühl auf Social Media, die anderen kriegen immer alles perfekt hin. Und ich wollte das nochmal anfügen und ehrlich, transparent sagen, ich kriege das auch nicht immer alles perfekt hin. Ja, also unser Bestreben sollte sein, das bestmöglich hinzukriegen und vielleicht auch die Rahmenbedingungen so hinzukriegen. Moment, mein Schatz. Das heißt, dass das besser läuft. Also wenn du weißt, immer wenn ich Schlafmangel habe, kriege ich das ganz schlecht hin. Versuchen dafür zu sorgen, dass der Schlafmangel weniger wird. Genau, das wollte ich euch einfach nur nochmal teilen. Und was ich auch am Ende des Videos nicht gesagt habe, jetzt am Abschluss machen wir wie immer nochmal ein Kundenfeedback, was ihr euch nochmal anschauen könnt. Also bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.